Die Rote Armee Fraktion stürzt Deutschland im Jahr 1977 in eine tiefe Krise. Auch Köln ist Schauplatz des Terrors. Das ist der Tatort. Wir sollten gleich vorweg sagen, man sieht also schon einen Toten dort liegen, aus dem Wagen herausgefallen. Gegen 20.30 Uhr schließlich scheint festzustehen, Hans-Martin Schleyer hat den Anstag überlebt und ist entführt worden. 43 Tage lang ist der deutsche Wirtschaftsfunktionär Hans-Martin Schleyer in der Gewalt der RAF. Wer war die Terrorgruppe? Warum wurde Schleyer zu ihrem Opfer? Und welche Folgen hatte die Tat? Aktuell steht die RAF wieder im Fokus. Bis heute wird nämlich nach ehemaligen Mitgliedern gefahndet und erst kürzlich gab es eine Festnahme. Jetzt ist die Flucht für Daniela Klette vorbei. Sie ist in Berlin gefasst worden. In diesem Film geht es aber um die Zeit, in der die Bedrohung durch die aktive RAF Deutschland in Angst versetzte. Ich bin hier in Köln-Braunsfeld und hier ereignet sich am späten Nachmittag des 5. September 1977 ein Verbrechen mit tödlichen Folgen. Es markiert den Beginn einer der schwersten Krisen der Bundesrepublik, der sogenannte Deutsche Herbst. Das Opfer Hans-Martin Schleyer, zu dem Zeitpunkt Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände. Schleyer, 1915 in Offenbruck geboren, Jurist, Chorstudent, Doktor der Rechte, NS-Studentenführer, Mitläufer, Geschäftsführer, Personalchef, Vorstand von Daimler-Benz, Manager. Die Arbeitgeberverbände und der Bundesverband der Deutschen Industrie sind in Terroristenaugen die Symbole einer Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung, die sie ebenso hassen und bekämpfen wie den freiheitlichen Rechtsstaat. Die Täter, ein vierköpfiges Sonderkommando der RAF. Der 62-jährige Schleyer ist auf dem Weg zu seiner Kölner Dienstwohnung, chauffiert von seinem Fahrer. Im Auto dahinter folgen drei Personenschützer. Kurz vor dem Ziel fährt plötzlich ein Wagen rückwärts aus einer Ausfahrt und versperrt dem Konvoi den Weg. Schleyers Wagen kollidiert mit dem Auto. Die Angreifer eröffnen das Feuer, erschießen Schleyers Fahrer und seine Personenschützer. Dr. Schleyer befindet sich nicht unter den Getöteten. Wir müssen annehmen, dass er von den Tätern entführt worden ist. Später wird klar, die Angreifer haben Hans-Martin Schleyer in einen VW-Bus gezerrt und sind geflüchtet. Sie verlassen Köln in Richtung Erftstadt, etwa 22 Kilometer entfernt. Im dritten Stock dieses Hauses halten die Terroristen Hans-Martin Schleyer zunächst gefangen. Für ihn beginnen nun 43 Tage Angst. Der RAF-Terror hält Deutschland zu diesem Zeitpunkt bereits seit Jahren in Atem. Seit dem 11. Mai 1972 sind in sechs Städten der Bundesrepublik Bombenanschläge von anarchistischen Gewaltverbrechern verübt worden. In diesem Zusammenhang sind für die Polizei besonders wichtig Hinweise, die zur Aufspürung der folgenden durch Haftbefehle gesuchten Mitglieder der Bader-Meinhof-Bande führen können. Bader-Meinhof-Bande. Nach den Gründungsmitgliedern Bader und Ulrike Meinhof, so wird die Gruppe anfangs genannt. In den letzten sieben Jahren sind bei terroristischen Gewalttaten 15 Menschen getötet worden. 88 Personen sind verletzt worden. 13 waren Gegenstand von Geisel-Namen. Wer war die Rote Armee-Fraktion und was wollte sie? Im Jahr 1968 protestiert die Deutsche Studentenbewegung gegen das veraltete Hochschulwesen, den Vietnamkrieg und die Große Koalition. Gudrun Ensslin und Andreas Bader kennen sich aus der Szene. Sie befürworten den gewaltsamen Protest und verüben im April 1968 Brandanschläge auf zwei Frankfurter Kaufhäuser. Ihr Zeichen gegen den Vietnamkrieg. 1970 sitzt Bader für die Tat in Haft. Ensslin konnte untertauchen und plant seine Befreiung. Inzwischen ist die Journalistin Ulrike Meinhof Teil der Gruppe geworden, was die Öffentlichkeit noch nicht weiß. Um bei der Befreiung zu helfen, täuscht sie ein gemeinsames Buchprojekt mit Bader vor. Im Mai 1970 fand dann ein Treffen im Deutschen Zentralinstitut für Soziale Fragen in Berlin statt. Und Ulrike Meinhof sollte dann mit Andreas Bader die ersten Recherchen für das Buchprojekt durchführen. Dieses Buchprojekt gibt es gar nicht. Es ist nur ein Vorwand. Weitere Verbündete von Bader, Ensslin und Meinhof dringen in das Institut ein. Dabei wird ein Angestellter verletzt. Daraufhin kam es zu einer Panik-Situation und alle sprangen relativ schnell aus dem Fenster. Das ist der berühmte Fenstersprung. Und eigentlich sollte die Journalistin Ulrike Meinhof sitzen bleiben, als Unbeteiligte, sollte sie im Lesesaal bleiben. Stattdessen sprangen sie mit und letztlich war das ihr Sprung in die Illegalität. Denn interessant ist, schon am nächsten Tag gab es große Fahndungsplakate mit ihrem Foto. So dass man sagen kann, innerhalb von 24 Stunden wurde das einer relativ bekannten Journalistin im Staatsverein die Nummer 1. In der Forschung wird auch davon ausgegangen, dass das eigentlich die Geburtsstunde der Roten Armee Fraktion in Deutschland war. Genau diese Befreiungsaktion. Prof. Dr. Gisela Diewald-Kerkmann ist Historikerin und Hochschullehrerin. Wir treffen uns im Haus der Geschichte in Bonn, in der Dauerausstellung über Deutschland nach 1945. Auch der RAF-Terror ist hier Thema. Terrorismus hat es vorher in der Bundesrepublik nicht gegeben. Das war ein vollkommen neues Phänomen. Das heißt, es war zwar noch die junge Bundesrepublik, aber es war unvorstellbar, dass überhaupt solche Taten, Straftaten möglich seien. Das Ziel? Der Umsturz des etablierten kapitalistischen Systems. Die RAF führt einen in ihren Augen antiimperialistischen Kampf mit Gewalt. Im Mai 1970 ist das Geburtsdatum der Roten Armee Fraktion. Dann kann man eigentlich sagen, bis 1972 waren es vor allem Banküberfälle, es wurden mehrere Banküberfälle durchgeführt, um gerade die Logistik überhaupt zu organisieren. Des Weiteren gab es dann Urkundenfälschungen, konspirative Wohnungen wurden angemietet, Autos, also Wagen wurden besorgt, also gestohlen. Also das heißt, man hat versucht, erstmal die RAF aufzubauen. Die Bundesrepublik muss sich zum ersten Mal der Herausforderung Terrorismus stellen. Das hatte natürlich zur Folge für die junge Bundesrepublik, dass man etwa den staatlichen Apparat ausgebaut hat. Man hat die Personalstärke der Polizei erhöht. Man hat das Bundeskriminalamt enorm ausgebaut. Man hat plötzlich finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt, die waren unvorstellbar. Es war eine enorme Expansion. Stichwort Antiterrorgesetze, was war das? 1974 wurde im Bundestag das erste Antiterrorgesetz verabschiedet. Dieses Antiterrorismus oder Antiterrorgesetz beinhaltet beispielsweise neben weiteren Änderungen, dass auch die Verteidiger vom Prozess ausgeschlossen werden konnten. Das hat es vorher nicht gegeben. Zwei Jahre später gab es ein weiteres Antiterrorpaket. Der berühmte Paragraf 129a machte auch die Bildung von terroristischen Gruppen zur Straftat. Das hat es vorher auch nicht gegeben. Insgesamt hat es dann natürlich auch gesetzliche Änderungen im Melderecht gegeben, im Demonstrationsrecht, im Kommunikationsrecht. Also das heißt, es war enorm, was tatsächlich auf der gesetzlichen Ebene passierte. Nach mehreren Bombenanschlägen mit Toten und Verletzten werden die Gründungsmitglieder, darunter Andreas Bader, 1972 gefasst. 1975 beginnt einer der aufwendigsten und längsten Prozesse der Nachkriegsgeschichte, der Stammheimprozess. Er endet zwei Jahre später mit einer Verurteilung der Terroristen. Doch das sind nur die Ursprungsmitglieder. Eine zweite Generation hat bereits übernommen. Um ihre Gründungsmitglieder, die sogenannte erste Generation der RAF-Terroristen, aus deutschen Gefängnissen freizupressen, startet die Gruppe im Jahr 1977 die Offensive 77. Dazu gehören Morde an, in ihren Augen verhassten Repräsentanten des kapitalistischen Systems, Überfälle und sogar Raketenanschläge. Zum Opfer wird Generalbundesanwalt Siegfried Buback. Auch sein Pfarrer Wolfgang Göbel und der Justizhauptwachtmeister Georg Wurster werden bei dem Anschlag erschossen. Wenige Wochen später wird der Bankier Jürgen Ponto getötet. Aber die Bundesregierung lässt sich nicht auf ein Handeln mit der Gruppe ein. Deshalb soll der nächste Coup die Entführung des Arbeitgeberpräsidenten Hans Martin Schleyer sein. Dafür mietet die RAF hier im Unicenter an der Luxemburger Straße in Köln eine Wohnung an, um diese Aktion zu planen. Am 5. September 1977 schlägt die Gruppe schließlich zu. Hans Martin Schleyer wird nach Erftstadt verschleppt. In der Mietwohnung wird er in einem Schrank angekettet festgehalten. Die Nachricht von dem Mordanschlag auf Hans Martin Schleyer und die ihn begleitenden Beamten und Mitarbeiter hat mich tief getroffen. Nicht anders als die Nachricht, die erst wenige Wochen zurückliegt vom Mord an Jürgen Ponto. Nicht anders als die Morde an Buback, Wurster und Göbel. Vier Tote, Bürger unseres Staates, verlängern seit heute Abend die Reihe der Opfer von blindwütigen Terroristen, die, wir waren uns darüber stets im Klaren, noch nicht am Ende ihrer kriminellen Energie sind. Wie reagierte man auf die Schleiereinführung? Es war nicht geplant, eigentlich auf diesen Austausch, der gefordert wurde, nämlich eben ERF-Gründungsmitglieder und Hans Martin Schleyer einzugehen. Das war nicht geplant, sondern man setzte auf Zeit. Und man wollte vor allem die Nicht-Erpressbarkeit des Staates demonstrieren, in der Bevölkerung. Und zum anderen natürlich auch erreichen, dass das Vertrauen in das Vorgehen der Bundesregierung stabilisiert wird. Wieder treten neue Gesetze in Kraft. Weil man davon ausging, dass die Führung des Kampfes aus dem Gefängnis kam, nämlich von den Gründungsmitgliedern, hatte man deshalb ein Kontaktsperrergesetz beschlossen. Die Verteidiger hatten keinen Zugang mehr zu ihren Mandanten. Das ist eigentlich unvorstellbar, weil natürlich der Verteidiger und die Verteidigung ist natürlich ein rechtsstaatliches Prinzip. Und in dem Kontext gab es auch Einschränkungen für die Medien. Das heißt, es gab eigentlich mehr oder weniger Vorgaben und bestimmte Themen mussten tabuisiert werden. Aus seiner Gefangenschaft sendet Hans Martin Schleyer währenddessen Nachrichten an seine Familie, auch einzelne Briefe an seine Söhne. Ich drehe mit Sicherheit nicht durch. Bleibt ihr gesund und optimistisch. Ich war schon oft in schwierigen Lagen und es ist immer wieder gut gegangen. Viele Bussi an Mutti, euch alle und die Freunde. Dein Vati. Die Ermittler grenzen das mögliche Versteckschleiers ein. Sie vermuten es im 20-Kilometer-Radius zu Köln. Sie tippen auf ein Hochhaus mit Tiefgarage, Aufzug und guter Autobahnanbindung. Und tatsächlich geht ein Hinweis ein, der auf das Versteck der Entführer in Erftstadt hindeutet. Der Hinweis kommt von den Beamten der Polizeiwache hier in Erftstadt. Ihrer Einschätzung nach kommt das Haus nämlich als Schleierversteck in Frage. Doch der Zettel mit dem Hinweis, das Fernschreiben 827, geht im Polizeipräsidium in Köln verloren. Bis heute ist nicht ganz geklärt, wie das passieren konnte. Jedenfalls wird der Hinweis nicht überprüft und Schleier nicht befreit. Stattdessen wird er von den Entführern weiter verschleppt, nach Den Haag, Brüssel, Liel und schließlich ins Elsass. Fünfmal lässt die Bundesregierung ein Ultimatum der Entführer verstreichen. Die Nachrichten des Entführten werden dringlicher. Hier am Tag 40 seiner Gefangenschaft. Vor allem in meiner jetzigen Situation, muss denn wirklich noch etwas geschehen, um in Bonn eine Entscheidung zu ermöglichen? Das Zeitspiel der Bundesregierung ist umstritten. Auch das Kontaktsperregesetz wird scharf kritisiert. Einige Bürger fordern die Wiedereinführung der Todesstrafe für die inhaftierten RAF-Terroristen. Wenn dem Schleier was passiert, werden die 14 erschossen. Also die Sels haben wir ja nicht. Ja, das muss geschaffen werden. Diese aufgeladene politische Atmosphäre wird heute als deutscher Herbst bezeichnet. Eine der schwersten Krisen der BRD. Am 13. Oktober 1977 startet die RAF eine Aktion, die den Druck auf die Bundesregierung weiter erhöhen soll. Sie lassen eine Passagiermaschine auf dem Weg von Palma de Mallorca nach Frankfurt entführen. Eine Linienmaschine der deutschen Lufthansa ist seit dem Nachmittag in der Gewalt von Entführern. Die entführte Maschine war nach einem Irrflug von 17 Stunden über das Mittelmeer und den Nahen Osten in den frühen Morgenstunden in Dubai gelandet. Seit heute früh steht der entführte Lufthansa-Jet in der glühenden Hitze am Rande des frühesten Flughafens von Dubai. Wer waren die Entführer der Landshut? Was war das für eine Gruppe? Die Landshutentführer waren vier Personen, also zwei Frauen und zwei Männer. Und das waren Mitglieder eines Spezialkommandos einer Splittergruppe Volksfront zur Befreiung Palästinas. Diese vier Personen hatten eigentlich den Auftrag als Spezialkommando tatsächlich die Landshut zu entführen, um Druck auf die Bundesregierung auszuüben. Warum sollten die zusammenarbeiten? Man hatte den gleichen Feind. Der Feind war jeweils das kapitalistische System, diese westlichen Staaten. Die Entführer fordern die Freilassung von elf inhaftierten RAF-Terroristen, von zwei Gesinnungsgenossen in türkischer Haft und 15 Millionen US-Dollar. Fünf Tage lang werden 82 Passagiere und fünf Crewmitglieder festgehalten. Die Maschine landet zum Tanken an verschiedenen Flughäfen zwischen und schließlich in Mogadischu in Somalia. Der Flugkapitän wird im Verlauf der Geiselnahme erschossen. Währenddessen versucht die Familie von Hans-Martin Schleyer alles, um ihn zu befreien. Sie stellt das Lösegeld von 15 Millionen US-Dollar zur Verfügung. Doch die Bundesregierung lässt den Handel nicht zu. Am 18.10.1977 greift die Spezialeinheit GSG 9 in Mogadischu schließlich zu. Die Geiseln von Mogadischu sind frei. Wir sind dankbar dafür, dass Menschen mehrerer Nationen und Bürger unseres Landes diese brutale Entführung überlebt haben. Die vier in Stuttgart-Stammheim inhaftierten Terroristen erfahren nur wenige Minuten später von der gescheiterten Geiselnahme. In diesem Moment ist für sie jegliche Option einer Befreiungsaktion zerstört. Die einzige Perspektive die lebenslange Gefängnisstrafe. Für die Terroristen keine Option. Sie begehen in ihren Zellen Suizid. Nur Imgad Müller überlebt schwer verletzt. Aber jetzt hat das Leben von Hans-Martin Schleyer als Druckmittel keinen Wert mehr für die Entführer. Im französisch-deutschen Grenzgebiet wird er mit drei Kopfschüssen getötet. Einen Tag nach dem kollektiven Suizid findet die Polizei Schleyers Leiche im Kofferraum eines Autos in Mühlhausen im Elsass. 43 Tage lang war er in Geiselhaft. Trotz Großfahndung können die vier unmittelbar an der Entführung beteiligten Terroristen entkommen. Einer von ihnen stirbt ein Jahr später bei einem Schusswechsel mit der Polizei. Die anderen drei werden erst 1981 und 1982 gefasst und zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Mindestens neun weitere Komplizen, die im Hintergrund halfen, werden ebenfalls verurteilt. Eine Terroristin ist bis heute untergetaucht. Hans-Martin Schleyer wird am 25. Oktober 1977 in Stuttgart beigesetzt. Dieses Mahnmal am Kölner Stadtwald erinnert bis heute an die Entführung und Ermordung von Schleyer, seinem Fahrer und seinen Personenschützern. Kürzlich wurde Daniela Klette festgenommen. Es wird weiterhin gefahndet nach ehemaligen RAF-Mitgliedern. Welche Rolle spielt denn die Gruppe noch heute, was würden Sie sagen? In diesem Zusammenhang wird natürlich auch besprochen oder die Gefahr wieder heraufgesprochen und diskutiert, dass es eine neue oder eine vierte Generation der Roten Armee Fraktionen geben wird. Ich halte diese These, also ich glaube, es ist mehr als unwahrscheinlich, dass es eine vierte Generation der RAF geben wird. Das ist wirklich nicht zu belegen. Als Fazit der ganzen Diskussion würde ich sagen, die Rote Armee Fraktion hat sich 1998 aufgelöst. Offiziell war die Auflösung dann und ist auch heute nur noch Geschichte. Wusstet ihr, dass Köln Schauplatz von so einem bedeutenden Stück deutscher Geschichte war? Hinterlasst mir eure Gedanken zum Fall doch gerne unten in den Kommentaren. Wusstet ihr, dass Köln Schauplatz von so einem bedeutenden Stück war? ! ! ! ! !